Herzlich Willkommen in der Praxis CareVital, einer Praxis, wo sich Körper und Geist regenerieren können. Ingrid Tönen, zertifizierte Hypnose-Therapeutin mit medizinischer Grundausbildung und Roman Städtler, eidgenössisch zertifizierter Coach und Ausbilder, bieten mit Leidenschaft und Fachkompetenz Coaching, Hypnose-Therapie, Stoffwechselberatung und Massagen an. Krankheit bedeutet, dass körperlich und emotional etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Lerne, wie du selber Heilung erfahren kannst, indem du mit unserer Unterstützung dein körperliches und emotionales Gleichgewicht wiederfinden kannst. Bist du unglücklich in deinem Job? Hast du immer wieder Beziehungskrisen? Ziehst du im Außen immer wieder dieselben Probleme an? Erfahre, wie du dich mit Hilfe von Hypnose, von Stress, Ängsten, chronischen Schmerzen und weiteren chronischen Krankheiten dauerhaft befreien kannst. Neueste wissenschaftliche Studien bestätigen die positive Wirkung von alternativen Heilmethoden, insbesondere von Hypnose. Die Hypnose ist ein sehr effektives Heilverfahren, das sich seit mehr als 4000 Jahren bei allen Erkrankungen bewährt hat. Ängste vor einer Hypnose-Therapie sind unbegründet. Du wirst unter Anleitung in einen Entspannungszustand in dein Unterbewusstsein geführt. Dort findest du die Ursachen deiner Krankheitssymptome und kannst diese dauerhaft lösen. Dabei behältst du jederzeit die gesamte Kontrolle. Du bist nie willenlos ausgeliefert. Als Omni-Hypnose-Therapeutin und zertifizierter Coach arbeiten wir ganzheitlich und ursachenorientiert und nicht symptombezogen. Alte, ungelöste Glaubenssätze und Vitalstoffmangel sind die Hauptursachen jeder Erkrankung. Diese Erkenntnis setzen wir, Ingrid Tönen und Roman Städtler, für deine Gesundheit ein. Dabei schöpfen wir aus über 30 Jahren Erfahrung. Ingrid Tönen erkrankte 2005 selbst an Krebs und ist lebendiger, lebensfroher Beweis dafür, wie Hypnose, energetische Heilbehandlungen und Vitalstofftherapien wirkungsvoll heilen können, währenddem die Schulmedizin nur die Symptome beseitigt. Du selber bestimmst deinen Lebensweg. Gerne unterstützen wir dich mit effektiven Werkzeugen wie Hypnose, Persönlichkeitsanalyse und energetischer Beratung und vermitteln dir damit wertvolle Alltagshilfen für ein selbstbestimmtes Leben. Nimm deine physische und mentale Gesundheit jetzt in die Hand. Wir begleiten dich dabei.